Ja, hier sind ja jetzt schon ziemlich viele Leute, aber das ist noch keine Versammlung. Damit das hier eine ordentliche, nach deutschem Recht ablaufende, schön bürokratisch korrekte Versammlung ist, muss ich noch drei magische Worte sprechen und die sage ich jetzt, die Versammlung ist eröffnet! Danke Maritta, wir begrüßen euch alle ganz, ganz herzlich hier in Köln bei der Klima-Demo. Toll, dass ihr da seid. Lasst euch mal hören. Das ist noch ein bisschen verschlafen. Zeigen wir, dass ihr aufgewacht seid. Und jetzt machen wir noch ein Stimmungs-Check. Wie findet ihr den Klimaschutz? Wie findet ihr Kohle so? Ihr seid hier genau richtig. Ich bin Wink-Inken-Bärmann von Campact. Und ich bin Talin Kalatas von den Naturfreunden. Und wir beide führen euch heute durch das ganze Programm. Wir sind heute hier in Köln, aber wir sind gar nicht alle. Denn wir haben heute zum Doppelschlag ausgeholt. Wir sind heute hier in Köln und zeitgleich treffen sich mehrere tausend Menschen in Berlin. Da, wo die Bundesregierung die Klimapolitik verschleppt und da, wo die GroKo im Dauerschlaf unser Klima verschläft. Aber heute hier in Köln sind wir weniger als 100 Kilometer vom rheinischen Braunkohlerevier entfernt. Also ganz nah an der Klimazerstörung, aber auch nah am Hambacher Wald. Und hier, hier fordern wir heute Klimaschutz ein. Ihr werdet heute ganz viel von vielen Leuten noch darüber hören. Aber wir beide, wir haben uns gedacht, wir machen jetzt zum Anfang etwas, was wir in den letzten Monaten alle schon so wunderbar getan haben. Das sind nämlich ein paar Slogans. So, und wir fangen an mit einem Klassiker aus dem Herbst. Da waren wir ganz viel im Hambacher Wald unterwegs zusammen. Und die Rodung ist ja nur aufgeschoben und nicht aufgehoben. Und deswegen ist es total wichtig, dass wir auch jetzt immer noch fordern, Hambi bleibt. Und zwar, ich sage Hambi, ihr sagt bleibt. Hambi, Hambi, ich sage Hambi, ihr sagt bleibt. Hambi, 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 Hambi. Das kommt schon super. Ihr habt das wirklich super gemacht. Aber wir haben für heute noch ein zweites. Und zwar Kohle stoppen, Klima schützen. Und wir machen das genau nochmal so. Wir beide, wir sagen Kohle stoppen und ihr ruft Klima schützen. Also Kohle stoppen! Klima schützen! Kohle stoppen! Klima schützen! Kohle stoppen! Klima schützen! Super! Aufgezeichnet! Ein Applaus für euch! Und wir versuchen, wir üben jetzt noch eine Sache, bei der ihr nochmal ein bisschen in Bewegung kommt. Weil es ist zwar wärmer als in Berlin, aber trotzdem ganz schön kalt. Und wir wollen mal zeigen, wie kraftvoll die Klimabewegung ist und dass wir die Kohle wegschwimmen werden. Und dafür machen wir zusammen eine Protestwelle. Die geht so, dass ihr euch alle hinhockt. Und dann zählen wir zusammen runter von zehn. Und dann fangt ihr hier vorne an aufzuspringen und es geht bis hinten durch. Und es wird total toll sein. Also hockt euch mal alle hin. Schaut mich auch hin. Ich nicht. Alle, alle. Oh, da hinten, da hinten. Ich seh euch noch. Ey. Ihr steht noch. Hinhocken, hinhocken. Okay, passt. Ihr müsstet euch auch noch mit der roten Jacke hier vorne. Genau, das wär klasse. Cool. So, und jetzt zählen wir zusammen runter. Zehn, neun, acht, sieh. Sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins. Und los. Wahnsinn. Ihr seid richtig klasse. Wir sind ja heute hier am Deutscher Werft, einen der Häfen Kölns. Und auch aus Köln wird Kohle transportiert. Aber das soll sich ändern. Genau, und deswegen gehen wir heute von hier los. Wir haben jetzt ungefähr eine Stunde lang, werden wir reden hören von Menschen, die in der Klimabewegung aktiv sind und sich total läufig in Klimaschutz einsetzen. Und dann gehen wir von hier los. Dann werden wir über die Deutscher Brücke gehen, in die Innenstadt und unsere Forderung nach Klimaschutz in die Innenstadt tragen. Und dann kommen wir von dort aus wieder zurück, hier auf die Deutscher Werft und beenden das dann hier mit der Abschlusskundgebung. Genau, und jetzt noch eine letzte technische Info. Und zwar wurde am Campact-Stand das Portemonnaie von Gerda Heiken abgegeben. Das ist vielleicht wichtig. So, und jetzt fangen wir ganz offiziell mit unserem Programm an. Unsere erste Rednerin des Tages habt ihr gerade schon gesehen, denn sie hat hier eröffnet. Und zwar Marita Strasser von den Naturfreunden. Marita hat sechs Jahre lang hier in Köln gelebt und die Stadt nur mit einem traurigen Herz verlassen, weil die ehemalige Justizministerin, Frau Däubler-Gemelin, sie unbedingt als Pressesprecherin haben wollte. Heute ist Marita zurück, hier als Bundesgeschäftsführerin der Naturfreunde NRW, demonstriert mit uns und wir sind gespannt, was sie zu sagen hat. Ein Applaus für Marita. Ja, vielen, vielen, vielen Dank für die Vorschusslorbeeren und toll. Ihr seht einfach toll aus. Wenn ihr das sehen könntet, hier von der Bühne, überall die Fahnen, die Transparente, das ist ein super tolles Bild. Ja, was haben Donald Trump und unsere Bundesregierung gemeinsam? Je stärker die Klimakrise spürbar wird, desto stärker stecken beide den Kopf in den Sand. Man könnte sagen, wenigstens leugnet unsere Regierung den Klimawandel nicht, so wie der amerikanische Präsident es tut. Immerhin, da ist sie noch etwas besser. Aber sie ist nicht viel besser, denn sie zieht keine Konsequenzen aus ihrer Einsicht. Und das ist ein Skandal. Die Bundesregierung hat bisher sämtliche Klimaziele gerissen und der Ausstoß an Klimagasen hat sogar ein neues Rekordhoch erzielt jetzt. Klar ist, das Zeitalter der Braunkohle ist vorbei. Um die Klimaziele für 2020 noch zu erreichen, muss die Bundesregierung jetzt die dreckigsten Braunkohlemeiler vom Netz nehmen. Statt weiter Dörfer abzubaggern und den Wald zu roden, muss es heißen, Ende Gelände. Tschüss, RW. Wir rufen Herrn Schmitz von RWE zu, willst du weiter Strom verkaufen, dann nur erneuerbar. Denn das ist die Zukunft. Und wenn du mich nicht in diese Richtung bewegst, dann wird die Zukunft ohne dich und ohne RWE auskommen. So einfach ist das. Aber unsere Bundeskanzlerin und die Große Koalition sind nicht viel besser. Sie verschieben erst das heiße Eisen, Kohleausstieg in eine Kommission, eben in die Kohlekommission. Und dann, als die Kohlekommission tatsächlich anfängt zu arbeiten und mit Ergebnissen droht, grätscht sie ihr rein und verschiebt den Zeitplan. Und das ist so blamabel, das ist so übel, ich kann dir nicht sagen, wie übel das ist. Denn jetzt, auf Druck der Kohlelobby, lanciert von einzelnen Ministerpräsidenten, fährt die Bundesregierung mit leeren Händen nach Katowice zur Klimakonferenz, hat nichts dort vorzuweisen, was Deutschland tut, um die Klimaziele zu erreichen. Und kann den anderen Ländern dort kein Beispiel geben, eher ein Negativbeispiel. Wir sind heute hier, um der Bundesregierung zu zeigen, dass es so nicht weitergeht. Und drei Viertel der Menschen in diesem Land sind für einen schnellen Kohleausstieg. Und es wird Zeit, der Bundesregierung zu zeigen, dass diese Menschen allmählich sehr, sehr ungeduldig und sehr, sehr sauer werden. Dafür sind wir heute hier. Wir lassen es uns nicht länger bieten, dass unsere Gesundheit, unsere Heimat und unsere Zukunft der Kohlelobby geopfert werden. Das ist es nicht wert. Und wenn die Bundesregierung nicht aus eigener Einsicht handelt, dann zwingen wir sie dazu. Unsere Proteste hören nicht auf, bis die Braunkohle Geschichte ist. Deswegen bitte ich euch einmal mit mir zusammen so laut zu rufen, dass es bis nach Berlin gehört wird. Also bitte richtig laut Klimaschutz statt Kohleschmutz. Klimaschutz statt Kohleschmutz. Klimaschutz statt Kohleschmutz. Klimaschutz statt Kohleschmutz. Ich werde schon heißer, obwohl ich ein Mikro habe. Und jetzt wünsche ich uns allen eine tolle, eine kraftvolle Demo, die darf ja ruhig Spaß machen. Vielen Dank, dass ihr hier seid. Ihr seid toll. Habt Spaß heute. Danke Marissa. Wir verarschenden Sie mit einem ganz, ganz herzlichen Applaus. Danke Marissa. Danke Marissa. Danke Marissa. Danke Marissa. Danke Marissa. Danke.